Als ich die drei T-Crew versammelte, zur gemeinsamen Fall in Terrorist House. Ich hab die da! Als Absolutive. Ich hab die ja leider verruf. Puhuhuhuhuhu! Geh, mach sie haltig. Ich hab jetzt... Was ist das? Holy shit! Was war das denn? Oh ja, ernst! Holy shit! Und ich glaub, die haben sich sehr gefreut, oder? Ja. Ich glaub, das war meine beste Runde als Traitor. Oh, ich hab ne Schaufel. Und mir ist das einfach, dass ich von der Welt getötet wurde. Und dann dachte ich... Was? Ja, ich hab bei Babys oder so. Ich bin drei Traitor, ich bin toll! Mama, ich hab's geschafft! Mama, ich hab's geschafft! Ich bin auch Traitor! Ich bin auch Traitor! Ich bin auch Traitor! Ich bin auch Traitor! Lass uns alle Traitor sein! Ihr einfach auf meinen Kopf... Immer am Anfang der Runde schon ins und anschießt. Ich hab mich da nicht rumgeschossen. Wenn ich auf meinen Kopf gehst, kann ich dich darüber bussen. Farbeck! Farbeck! Ihr einfach... Du musst links... Du musst links auf das weiße... Gedönster... Helfer! Wow. Ach! Hat sie... Hat ich geschlagen? Wie kommt der denn da drauf? Peter! Boah, jetzt hab ich damit dressiert! Aggressiv! Aber Gott, da fass ich nicht rein! Nein, das hat die nicht... Nein, das hat die nicht... Ja, ich drückte die Wolken! Den hast... Komm! Ha! Ha! Drück da drauf! Ah, was? Äh, ach komm... Ha! 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 Ich würd sagen, also ich wär dafür, dass wir Zockerfreak mal testen. Hier? Ich wär da ganz stark. Warum? Warum? Weil Zockerfreak ist wirklich sehr... Ohne Witz, Zockerfreak ist wirklich sehr verdächtig. Äh, wie kommst du... Mitu? Ja! Wie kommst du da denn immer hoch? Äh... Hier hinten kann man sich hochbauen, das hab ich vorhin herausgefunden. Korn? Ein bis zwei Leute. Ähm, sag mal Zockerfreak... So! So! Ist aus Versehen! Ist aus Versehen! Ist aus Versehen! Du hast mir 80 Schaden gemacht! Ich hab in die Gunk! Ich hol meine Waffen weg! Ich hol meine Waffen weg! War ein Prank! Ja! Das war ein soziales Experiment! Genau! Du musst mir verzeihen! Verlies die Feste bitte! Also Korn, ich bin immer noch dafür, dass du Zockerfreak mal... Oh die Rakete startet nicht immer das im Traderraum! Achtet auf dir aufgehen! Geht jemand runter! Mit welcher Begründung? Geht jemand bitte runter! Wer ist alles oben? Ich bin oben! Ich bin oben! Geht bitte! Kann irgendwer bitte zur Tür gehen? Und unten? Okay! Wow! Was? Wie wird Fall damage? Lol! Ich bin oben! Ich bin bei Mewtwo! Ich werfe meine Sniper weg! Ist ja ein Lone Ranger ist nicht oben! Doch ein Lone Ranger ist auch oben! Aber ich weiß nicht, ob er gerade durch den Traderraum hochgekommen ist! Nee! Wie gesagt, ich kann es nicht sagen! Kann sein, dass es nicht so ist! Also, keine Ahnung! Ich geh nicht runter! Ich geh nicht runter! Ich geh übrigens gerade runter! Das möchte ich ganz kurz sagen! Ja! Ja! Trader! Ja! Trader! Ja! Trader! Ich hab jetzt Zombies losgelassen, als ich unten war! Ich war gerade auch noch! Und der Gaffeeck war gerade auch noch! Der Gaffeeck schockst mir nicht! Wir haben runtergegangen, hinter Mai und ich waren es nicht! Ich möchte kurz sagen, dass ich von den Zombies damit schrägte! Ähm! Hä? Hä? Ich war echt dran! Schießt du! Hä? Michu, wo kamst du gerade her? Aus dem Untergrund! Wie gesagt, da wurden die Zombies aktiviert! Auf mich! Hä? Okay! Also ich war unten, ne? Und ich hab vor dem Twitter-Raum gestanden und plötzlich war Zockerfreak hinter mir! Ich hab aber nicht gesehen! Okay! Äh! Marius, ich hab ne Frage! Und ist perfekt! Also es sah so aus, als wäre er aus dem Twitter-Raum gekommen! Marius, wie viel HP hast du? Wie viel HP hast du? Wie viel HP hast du? 20! Darf ich mal ganz kurz fragen, wer Marius ist? Das ist Mai! Sickerfick! Ich bin schön, wie wir alle in dem Leben und auf Discord unter den anderen Namen haben! Aha! Also wer ist jetzt Marius? Ich! Das ist Mai! 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 Ich! Ich heiß auch ich! Nein, nicht mit der Schaufel schlagen! Ich darf dich gar nicht! Gehen sie weg! Du dich nur schubsen! Ich baller dir weg! Ich baller dir weg! Ich baller dir weg! Ich baller dir weg! Das Ding ist, er ist Nier-Dev! Das heißt, wenn er... Man muss ihn nur berühren und er stirbt! Ja! Mach mal! Mein Rennauto fahren! Alter, sind ja viele! Ich bin weg! Das sind grad alle, oder? Jo! Doch! Der Titel! Warum ist Mai nahe dem Traum? Wie machst du das? Wieso? Also ich kann das erklären! Also du musst halt genau am Rand abspringen und dann auf das Weiße und da musst du... Ach nein 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 nein! Geh da hin! Nicht da hin! Dann musst du nach links zu drehen! Ich hab dich gewarnt! Ich hab dich gewarnt! Dann kommst du langsam... Marius! Äh steckst du da jetzt fest? Ne ne ne! Ich bewege mich ganz langsam nach oben und gleich bin ich da! Jetzt! Achso ok! Ok! Ne ne alles gut! Ich baller dich weg Marius, ne? Das war für mich... Ok! Kon! Warum jetzt wirklich die ganze Zeit mit deinem Trashvorschläger rum? Ach wie Angst! Ach wie Angst! Wer jetzt stirbt dann? Nein! Oh! Oh! Oh nein 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 nein! Oh! Alter! Ich hab noch 7 HP! Hä wie hast du denn Leben verloren aber ich nicht? Ich hab noch 7 HP! Hacks? Nein! Ja! Eindeutig hackst! Alter! Was ist wirklich das? Wieso willst du mich die... Mit... Renato einfach so! Äh da wurde geschossen! Jemand getötet! Alter! Aha! Ok Loan Ranger! Alter! Hä? War das nicht Loan Ranger? Ähm... Game Master! Nein! Das ist schon fair! Ich hab nur noch 7 HP! Na komm her! Oh ja! Noll! Was? Oh noll! Achso! Oh! Ich hab mir da so viel Leben abgezogen... Schau-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo... Schau-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo... Schau-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo... Schau-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo... Amazing! Ok, bin Außenseiter, was will ich denn das haben... Äh... Wieso haben wir da so viel Leben abgezogen? Ich stehe zu dir Milo? Jaaa... Aber Corn-Fisch! Ich bin die ganze Zeit mit der Baby-Garo gelaufen Echtes? Ja, ich hab die ganze Zeit gewartet bis du ruhig stehst Ne 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 Geil Und die Aufnahme beginnt mit dem Husten von Wimmer Geil, war bei mir auch so So, komm mal gut in die Folge Mein liebiges Geschmack-Richtung ist ja diese Himbeer oder Kirsche Boah, ich find diese von Husten Also mein Husten schließt meistens noch So, wie auch immer Einergiegeladenen guten Tag, liebe Freunde Ihr habt genau richtig eingesteckt zu einer neuen Folge Troubling Terrorist Town Mit Suckerfreak, My Lone Ranger, Fräulein Jen Die steckt in unsere Xenox, Koan, Miju und Game Master Und die steckt in unsere übrigens Ich hab genau richtig eingesteckt Ey, wisst ihr was, ähm Wisst ihr was, ein Was die Leute aus Mario Filz-Königreich nehmen, wenn sie Husten haben Und Psycho ist natürlich auch dabei Ja, jetzt kommt ein richtig schlechter Witz Kommt ein richtig schlechter Witz, was hast du gesagt? Ähm, Bomb-Oms A Husten Boah Weil es von ihm gewöhnt ist Ey, töte mich nicht! Steckdose Wolle, jawolle Wenn du nur motivierst, ne? Sagst du dann eigentlich auch den Typen, du hast genau richtig eingesteckt? Ganz kurz, ich bin in der Höhle Wenn ich was mach, jetzt kann ich ganz rauslaufen auf der einen Seite Wenn ich Nücke esıhrre, ne? Ah yeah Ja 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 was glaubst du, woher ich den Spruch hab? Also Er kommt aus den Business Nach der Bezahlung nag ich dann immer noch Tchawawawawawawawawawawawawawawawaw Ja, besser klaust du den Autoschlüssel und dann fährst du weg, so tschau, boh, 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 boh. Willst du langsam noch hinten weggehen? Dann fährst du das Fenster runter und dann an die Hände und hupst dann auch so, tschüss, tschüss. Genau, das ist die Hupe. Ich hupe so, boh, 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 boh. Ah, scheiße. Willst du mitkommen in den Popper-Loi? In den Popper-Loi? In den Popper-Shop? Popper-Shop. Das wollt ich sagen. Oh, hallo Corm. Warte mal, ich kann mich dahinter stellen, oder? Wie-wie bist du hier rumgekommen? Hallo! Ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, ich werde verfolgt, Hilfe! Na, auf welcher Seite bin ich, ob ich noch sterbe? Ach so, hier ist ja gar kein... Oh, das ist ja richtig scheiße. Wer war's jetzt? Game Mastery? Hast du Game Mastery? Game Mastery ist verdächtig. Ich glaube, er hat jemand gegründet. Wieso bist du drin, wann er Game Mastery ist? Ja, hey, wurde schon angesagt? Ich bin enttäuscht, der Himmel ist blau, die Rosen sind rot. Na, du! Hey! Jetzt kommt das Battle hier. Okay, ich nehme einfach die Shotgun, ich bin jetzt richtiger Cheater. Huah! Nein! Hehehe, Cheater win immer. Gibt's ein Jetpack? Bestimmt, oder? Nein, doch nicht. Ich hab einen Traitor tot, da wollte ich nur sagen, ich kann gar nicht hier den infizieren. Hey, wie ist der da rübergekommen? Oh, man kann da immer rübergehen. Eigentlich könnte, hier liegt ein Toter und es ist Jenny, ähm, so was ich sagen wollte. Meister ist eine Taube! Wui! Ich glaub, er ist grad eingeschlagen. Ich bin gar nicht. Würde ich so tippen. Hey! Alter! Wollt ihr mich ver- Ja! Alter, war das knapp, mein Tonz. Hallo! So, was ich sagen wollte. Alter, Lone Ranger! Lone Ranger! So, keine Ahnung, wie bei Sky, diese Schiedsräter-Experten immer so reinschalten. Die haben auch immer die gleiche Tonqualität und die können dann sagen, ja, also diese in dieser Szene, das hab ich ganz anders beobachtet. Lone Ranger, dieser Headshot, den ich dir gegeben hab, der war unabsichtlich. Ich hab aus Versehen den falschen Knopf gedrückt, da hab dir dann nen Headshot gegeben. Das war total. Eure Stimmen sind meine Augen. Und ich hab allen nen Headshot verpasst. Ich hab alle mit einem Schuss getötet. Darf ich ganz kurz fragen, wie ich aus dieser komischen Höhle rauskomme? Äh, was? Es gibt ne Leiter. Warte, ich bin auch in der Höhle. Ich bin auch in der Höhle. Mal ne schöne Einleiter. Das ist irgendwo so, da ist irgendwo der Ausgang. Richtig, das ist ne Leiter. Und abends, als ich die drei T-Crew versammelte, zur gemeinsamen Szene im Terrorist-Haus. Oh ja, ernst. Holy shit. Entschuldigung. Puh, okay. Kommt, das gibt keinen guten Eindruck. War minimal knapp. Wer war's? Fräulein Jen ist straight, dass sie hat nen Baby nach Korn geworfen. Ich bin echt fertig mit den Nerven. Alter. Fräulein Jen war's, aber ich seh sie nicht, dass so du bist. Äh, ich hab' verfehlt. Ich hab' verfehlt. Zwei Leute noch. Ja, ich hab' verfehlt. Ja, das wissen wir selber. Ich hab' sie grad zu töten, aber ich schaff's nicht. Das wissen wir als Traitor sowieso selber, das ist nicht das Problem. Äh, wo ist sie hin? Hallo? Ach, sieh's da hin? Ich könnte sie sagen, aber ich will sie nicht sagen. Bleib steht. Fuck, ich hab' sie getötet. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Sie hätten sogar einen Willen Daucher dabei, der noch einen Schuss hat. Oh, das ist doch schlecht. Dann geh' ich auf. Egal. Wo warst du drin? Du warst im Supermarkt, ne? Ich? Ja. Warum sollte ich dir das sagen? Du könntest Traitor sein. Wahrscheinlich bist du eh Traitor. Nein, ich könnte nicht Traitor sein, ich bin Traitor. Du konntest tot, also es ist jetzt noch Marius und du. Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Marius ist tot. Ne, ne, der ist nicht. Marius ist tot, dabei redet er doch. Hör auf. Ist so. Der Marius ist tot. Ach Mai, ja, das weiß ich. Der ist ja Marius, ich bin Marius. Willst du jetzt mal da rauskommen? Oh mein Gott. Aber ich bin kein Traitor eigentlich. Ohhhh. Wo ist jetzt? Äh. Ist das ne? Wo, wo, wo? Nein. Hallo. Nein. Ich wurde hier grad fett angeschossen. Ja, ja, hab ihn getötet, keine Sorge. Von Zockerfreak. Ja. Ja. Ist so ein Zockerfreak, was soll das? Du hast mich grad fett angeschossen. Ist so. Muss so sein. Alter. Alter, Steckdose, ich hatte noch 6 Happy, als du mich angeschossen hast und ich dich. Ja, Alter. Ach, die Steckdose war's gar nicht. Ich bin so erschrocken, ich hab gar nichts gemacht. Ach, die Traitor. Ich hab mich auch mega erschrocken, weil ich war leider so zwei Leute im Haken und wollte mich wegteleportieren, weil ich komm mit einer Gegeneisler schießen. Äh. Das war sauknapp. Ich bin schon wieder in der Höhle. Ich bin ausgerutscht. Tut mir leid. Das kann gut sein. Ich bin der Höhlemensch in Person. Cut, yes, 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 yes. Ich hab die Schaufel. Die Schaufel. Die werd ich nie brauchen. Wow. Ich steh grad rum, weil ich schreibe. Jeder der... Den nächsten Typen, den ich seh... Den nächsten... Den nächsten... Den nächsten Typen, den ich seh, töd ich einfach. Threader, kill. Awww. Hey, Threader, lass doch Zeit. Wir müssen die alles noch einmal verfahren. Ich mach' eh. Ich geb' mit Marie ne... Ich geb' mit Marie ne... Ich geb' mit Marie ne... Ich geb' mit Marie ne Magd. In den Trailer auch? Ah, Marie ist es. Nein. So. Oh, jetzt meine Waffe. Beleite dich jetzt mal. Weißt du noch, wenn ich wo ich bin? Doch. Doch, ich hab' den Pokémontie. Super Magd. Den Pokémontie. Ein Schuss. Wir müssen doch mal reden. Bitte, bitte. What the... Da war doch jemand. Es tut mir leid. Oh. Oh. Ich bin gerade verdammt verdammt. Äh. Äh. Ich bin eigentlich... 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 Loo. Wer hat... Äh... Steckdose... Alter, ich hab' dem die... ...weggesackt, ne? Warum ist er tot? Ja, er ist Traitor. Er ist Traitor? Aber no... Wer hat ihn getrillt? Also... Ich weiß noch nicht, wo er umeingetrillt hat. Aber Michio, das war schon... Das war... Das war richtig komisch. Ich hab nur zweimal auf ihn geschossen und schon... Ich würd' sagen, Marie ist es. Der Kühlschrank wird direkt vor mir geschossen. Ich flug weit weg. Der Kühlschrank ist viel größer als du. Schau mal hin. Alter, Game Mastery. Game Mastery. Game Mastery muss weg. Grundweite Stoffwerk eigentlich. Chaser ihn einfach mal. Nein, nicht Chaser. Ich hab das nicht gerne. Warum standest du gerade in der Ecke? Und hast nichts getan. Diese Ecke hier. Ich stand nicht in der Ecke. Ich bin gerade hingegangen. Weil ich geschaut habe, ob das da nach oben geht. Es geht hier nicht. Danke schön. Logan Ranger kommt bedrohlich raus. Weil ich hab gerade auf meinem Traitor Radar da oben Punkt gesehen. Boah Alter, was geht mit meinem PC gerade? Voll englisch hier raus. Ja, ich hab aber eben gerade hier Zockerfreak umgebracht. Weil er hier rum stand und ich war im Traitor Shop. Aha. Wer ist das denn? Aber Mari, warum redest du noch, wenn du tot bist? Hallo. Ich hab's doch nur erklärt. Jetzt weiß doch jeder, dass ich tot bin. Nee. Hallo. Detective, ich hab von Zockerfreak gerade einen Mindturtle aufgehoben. Kannst du sie nehmen? Wie kannst du mir Mindturtle aufheben? Ich weiß nicht. Ich bin zu seiner Leiste gegangen und hab dir... Doch, alles. Die sind ja schon geplantet gewesen. Ne. Da wird gerade hart die Rolle. Nein. Wer hat geschossen? Ich... Ja, keine Ahnung. Behalt sie, hab Spaß damit. Danke. Wer läuft hier mit der Doppelbärmlobe? Das ist ziemlich gefährlich. Ja. Geh weg. Sie, Docs. Ich geh ja schon. Ja. Aber... Ich sag... Geh weg, Hilfe! Nein! Oh, ich bin wieder reingegangen. Sneakt einfach und hüpft wild herum. Sneakt und hüpft wild herum. So bin ich weggekommen. Alter. Nein. Von hinten irgendwo. Das ist ja eine schöne Protosposition. Von hinten irgendwo. Was? Von der Höhle hat mich jemand angeschossen. Hinten. Aber ich konnte nicht sehen, wer... Da. Okay, ist das Korn? Korn. Meiner. Ja, gehörten wir hier. Scheiße. Habt ihr ihn? Nein! Ja! Also, ich möchte mal ganz kurz entschuldigen bei meinen Traitor-Kollegen. Wie kannst du noch? Ja, ich brauche mich auch. Alter, Steckdose, weißt du? Ich geb dir vollen Shotgun-Schuss mit. Ja, ich weiß schon, ich hab nur zwei wirklich geschossen. Boah. Meine Traitor-Kollegen sind gleich gestorben. Soccer-Freak-Sleich ist so geil. Da steht einfach so drin. Die letzten Worte des Toten waren... Einfach so... Ja! Ich hab mal bei dir nicht. Kaum ist P- ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.